Wir haben mit dem ZSC gewinnen dürfen, gewinnen Sie mit uns. CA-Media, Ihr Partner für Web-TV, Image-Videos und Event-Reportagen. www.camedia.ch www.camedia.ch Wow! Uh, jassen! Mein Hobby! Nein, überhaupt nicht. Ich kann nicht mal jassen. Eigentlich ist es peinlich für den Hockeyspieler, weil wir so viel Freizeit haben. Vor allem, wenn wir unterwegs sind. Alle jassen und der Blinde zuschauen. Das sieht irgendwie nach einem schönen Strand aus. Ähm... Ja, der Traum von jedem. Ich gehe nach den Ferien auch in die Sommerferien. Wobei ich bin nicht der, der zwei Wochen lang ruhig sitzen und fünf Bücher lesen kann. Ich muss mich immer so etwas bewegen und so. Ich sage Reisen, Reisen wirklich. Ich erlebe viel in meinen Ferien. Wunderschön. Geholfen. Ähm... Ich weiss auch nicht. Ich sollte mal anfangen. Ich finde aber... Jeden Sommer ist es so kurz, dass ich gar keine Zeit mehr lernen kann. Äh, ja, ja. Irgendwann dann mal. Das Ausverkauf der Hallenstadion. Schöne Erinnerungen. Grosse Momente waren das. Wir hatten Grosses vor dieser Saison. Ja. Ich glaube, es wird wieder so weit kommen. Pamela Anderson. Hm. Eine super Frau. Ich würde sie gerne mal kennenlernen, weil ich habe das Gefühl, sie ist gar nicht mal so doof, wie sie ab und zu aussieht. Ich glaube, mit dieser kann man richtig cool Spass haben. Äh, Spass haben. Ja, ZL1 TV. Nach wie vor mein Lieblingssender. Ähm... Ja, sogar noch vor Tele Zürich. Ja, das sind Telefone. Ähm... Ist das auch eins? Ich habe natürlich auch ein Telefon. Wobei, ich finde es so ein bisschen... Früher, als Alno die einfachen Nokias und Socke gab, war das Leben viel einfacher. Da musste man nicht immer aufs Internet. Keine Ahnung, so ein Telefonnitis oder so. Ja, nicht zu meinem Fall. Ähm, das ist Matthias Seger und seine Kollegin. Mit diesem berühmt berüchtigten Foto. Ähm, ich würde sagen, eine geniale Aufnahme. Und wirklich passend zu unserer Mannschaft, zu unserem Club. Zu unserer Stadt vielleicht auch. Dass man einfach so kann... Ja... Nach der Meisternacht irgendwie am Morgen im Tram sitzen und niemand wirklich interessiert. Und das ist so cool in unserer Stadt. Und vor allem eben, ich meine, der Matthias Seger ist wahrscheinlich der beste Captain, den man haben kann. Nur er kommt auf solche Ideen. Wir haben mit dem ZSC gewinnen. Gönnen Sie mit uns. CA-Media. Ihr Partner für WebTV, Imagevideos und Eventreportagen. www.ca-media.ch www.ca-media.ch www.ca-media.ch